So, ich nochmal, ich bin jetzt hier auf der anderen Fernmelde hier in Berlin, die jetzt hinterm Reichstag ist da und ja, hier bin ich reingekommen. Ich habe das keinen interessiert, was ich in der Tasche hatte, da ist auch wieder die Kugelschreiber drin, Schlüsselbahn, Schlüsselanhänger, alles, hat keine Sau interessiert. Ich glaube, da reingekommen, ja, ich verstehe, warum man da nicht reinkommt, sonst ist jetzt gleich die Polizei hier wieder vorne. So, und hier, ja, ist alles leer hier, ist jetzt die andere Fernmelde hier, alles leer. Hier wollen sie jetzt irgendwie die Brassen anziehen, aber bei der Ritze hat so vieler Entschlöse hier, auch zu sehen hier. Ist jetzt hier wie so Animationen, komm mal vor, wie irgendwo im Urlaubsgebiet, da hinten ist das Mittelmeer. Und, ja, muss man sich vorstellen, hinterm Reichstag ist das Mittelmeer. Komm mal vor, wie im Urlaub hier, als wenn ich hier so ein Animationsprogramm, ein Animationsprogramm, wo ich jener zugucke hier. Oh, wie lustig. Hier seht ihr die Vielfalt. Schön die Vielfalt hier. Die darf man ja auf keinen Fall vergessen. Ist ja wichtig hier. Ja. 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 Ja, das ist toll. So, die sind nicht so tired. Sie sind nicht so tired. Ja. Sie sind so tired.